Hey, willkommen zu QuickView, eine neue Serie, die ich starten werde, wo ich in nur ein bis zwei Minuten, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, über ein spezifisches Auto reden werde, besondere Fakten, Sachen, die ihr vielleicht nicht wisst und so weiter und so fort. Und dabei habe ich ein paar Infos am Screen. Hier unten steht der Text, den ich rede. Schaut, wie er wechselt. Ja, genau diesen Text lese ich vor, sozusagen. Hier drüben sind, für ungefähr 20 Sekunden oder 10 Sekunden, ein paar Daten zu den jeweiligen Autos. In diesem Fall sind es meine Daten. Sehr interessant, nicht wahr? Genau, hier oben ist dann immer noch der Name des Autos zu sehen und ja, das ist so ziemlich alles. Ich rede einfach ein bis zwei Minuten über irgendein Auto und ihr schaut es an. Eigentlich ist diese Serie nur dazu da, damit ich ein paar Event-Aufnahmen von anderen Autos verwenden kann, endlich. Ich habe so viel auf meinem Computer rumliegen und ich möchte das in irgendeiner Weise verwenden. Ja, und deswegen habe ich jetzt diese Serie gegründet. Das hier ist natürlich keine echte Episode. Die erste Episode wird in der Woche erscheinen und ich plane diese Serie tatsächlich donnerstags zu machen, also zusätzlich zu den normalen Uploads. So das auch, sollte ich mal am Sonntag nichts bringen, so wie in den letzten zwei Wochen, dass ihr trotzdem was zum Anschauen habt. Okay? Ich hoffe, euch wird die Serie gefallen. Ich denke, sie wird's, weil ich finde sie sehr interessant. Sie ist für mich einfach zu machen und ja, dann sehe ich euch nächste Woche Donnerstag oder Sonntag, wenn ich wieder ein kleines Menü habe. Hey! Willkommen zu... Ahem.